Die drei größten Erfolge der Männer, die hier mit mir arbeiten, sind erstens, sie haben regelmäßig wieder Sex. Also sie können davon ausgehen, dass es eine bestimmte Zeitspanne gibt, in der das Liebesleben wieder stattfindet. Punkt Nummer zwei, sie können ihre Steuern, sie können ihre Fähigkeit steuern und auch die Fähigkeit der Frau steuern. Das heißt, sie haben einen Einfluss darauf, wie lange es dauert und wie erregend und so weiter es ist. Und Punkt Nummer drei, die Frau will sich wieder hingeben und öffnet sich und sie erleben sozusagen neue Sphären der Sinnlichkeit und der Lust.